Das war's für heute. Das war's für heute. Das Kommando hat Farahs Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf. Kate, Sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Warum? Ich lass mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex, nicht. Ich gehe zurück nach Uzikstan. Ich bleibe bei Farahs Armee. Was Sie da tun, ist illegal. Wieso ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Hab ich je mehr. Oh. Zehn Jahre zuvor. Gefangen. Seit 1999 inaktiert. Farah Karim. Kriegsgefangene. Anführer. Schwester. Hör auf. Halt ihr. Bist du das? Ja, zeig dich mir. Okay. Wie lange bist du schon in Einzelhaft? Zehn Tage. Sie ist krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Herr Deere. Ich brauch dich lieben. Schau. Ich habe einen Schlüssel. Wofür? Find es heraus. Nimm du ihn. Fang. Oh, Fang. F. Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karim bist? Mal sehen. Sieh an. Ein Familientreffen. Wie schön. Lass ihn. Soll ich damit aufhören? Dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Und? Öffnen. Lass die Finger von ihr, du krankes Schwein. Ich bring euch um. Volkane. Du solltest dich verabschieden. Von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Pfarrer. Tut mir leid. Hier hoch gucken. Nein. Verstehbar. Entschuldigung. Soll ich nochmal gucken? Oh, du vollidiot. Du wirst schon sehen. Okay. In diesem Drecksland ist es Heiß als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Oh ja, bitte. Russisch. Wo? Das Russisch ist wo? Wisst du? Ist leer. Der Hund. Holen wir dir Wasser. Türen. So mit. Rein. Nein, nicht voll. Dann ein Lass. Setz dich, Pfarrer. Hört auf. Es gibt keinen Auswegfahrer und es wird dich auch niemand retten. Ich hab dir das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Wenn jemand nicht mal Wasser gibt. Erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Karim ist tot. Ich bin Karim. Was ist das? Nummer zwei. Leck mich, du Arscher. Ach, hite deine Zunge. Bis jetzt war ich geduldig. Es reicht. Bleib wach, dann siehst du deinen Bruder. Ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Nein. Hör auf. Genau so. Was soll das? Ich will meine Arkadien-Fisch hier noch im Kopf weg. Du kannst kein Wasser atmen. Du brauchst genug. Gut. Das reicht. Du bist du. So stark, Pfarrer. Mach so weiter und du siehst an dir. Nochmal. Wer ist Karim? Tö. Fick dich. Du dreckige Ohre. Das reicht. Ich habe eine deiner Späste. Kein Wort von mir vor. Schon gut, Asseli. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Pfarrer. Hör auf, da nicht. Warte, warum sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter. Oh, hör auf. Dieses Mal ist mir so schwer. Verdammt, du bist gut. Falsche Richtung, Pfarrer. Na, aber dass du jetzt Luftest und mit dir kalt still. Oh, hör auf. Das wird immer schwerer. Kalt still, Pfarrer. Wirst du den Kopf drehen? Genug. Hey, der hält dir. Hey, hey, hey. Hey, hey. Glückwunsch, Pfarrer. Du hast sie gerettet. Sag mir jetzt die Wahrheit. Oder sie stirbt. Ich habe getan, was du wolltest. Nein. Ich will die Wahrheit. Wer ist Karim? Was soll ich trinken? Friss scheiße, du verdammter Hund. Du hättest dein Leben retten können. Jetzt werde ich Reins beendet. Sie hat nichts getan. Nein, bitte. Nein. Wunderbar. Mach du sauber. Wozu zwingst du mich? Du hast dich hier Hunger, Pfarrer. Hm? Nein. Dann rücken wir. Hör auf. Ich will nicht essen. Komm schon. Dein Zeugter. Hör auf. Aber du Vollidiot. Ich werde gewinnen, mein Kollege. Keine Spiele mehr. Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir einen Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst sie für schlau. Karim. Ja. Ich weiß. Ich habe sie mehr gewusst. Also. Wo ist der Schlüssel, den dein Bruder gestohlen hat? Was ist das Nummer zwei? Sag's mir. Weg her, Schlüssel. Der, den du versteckst. Ey, mach mich. Dieses Land ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Oh, hör auf. Schweig. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, mach auf alle. Tötet alle. Sperrt sie in das Lager. Brennt es nieder. Du hast heute Leute nicht gerätet, Farakari. Sondern getötet. Ein Helikopter schnell. An die Waffe. Alle bereit? Locken. 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 Oh, verkrankt der Typ. Ich brauche ein Werkzeug. Der Löffel. Perfekt. Nette kleine Klinge. Ja. Ich muss hier raus. Oh, da kann ich sogar hauen. Wo kann ich denn hin jetzt? Wie schnell bist du, Farah? Oh, eine Waffe. Ach da. Steine. Steine. Was soll ich jetzt hier machen? Dahin bestellen. Yeah. Es hat funktioniert. Geile Idee. Geile Idee. Ich sehe hier irgendwo eine Waffe. Das ist so krank, Leute. Die ist gerade schnell am Laufen. Ich trink erst mal was. Damit kann ich hochklettern. Treppen, wo sind die Treppen? Treppen, 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 Treppen. Wo sind die? Ach da. Ja. Ja. Ja, ich habe einen Schuss gemacht. Dann holen wir einen Schuss. Das ist noch etwas? Das ist noch etwas Bewegung. Kreisler, das ist einfach eine Pferde. Das ist ein Schuss. Das ist einfach Kreisler. Wer hat den Stuhl? Schöne, schöne, schöne. Schöne, schöne, schöne. Schöne, schöne. Schöne, schöne, schöne! Oh, nicht viel. Das braucht die Tür. Das ist ein Schuss, das heißt, das ist ein Schuss. Nein, nein, nein. Das Spiel macht einen Föder. Das ist sie. Dann, schau sie. Zeige, ich bin. Tut mir mehr. Ich möchte! Ich werde ihn bis zum nächsten Mal! Ich muss ihn auswählen. Ich werde ihn in der Tür, aber ich weiß es. Das gilt für ihn, dass wir es gibt. die Presse Organization. Ein guilt, eine Ottombo, ein Germanist eingefüribles generators ist. Achtung! Ein alternate, ich이를 fountain! Der Mann ist da. Es gibt dann noch einen Satralne hier, ein alle ор question tengan. Wir finden ihn noch nicht. 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 Oh, das stimmt. Bring him, bring him, bring him. Bring him, bring him, bring him, bring him. Das ist gut. Meine Geschichte. Meine Geschichte. Geh. 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 Ja, so ein kleiner Hund. Ich komme, Schwestern. Aber ich nehme mal eine gute Wache hier. Oh, nur eine Pistole. Aber besser als gar nichts. Geh. 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 Alle raus. Alle eine Waffe. Oh, hier haben wir mal eine schöne Waffe hier, oh, Galia, Nadia, Karine, Ja, er hat doch gewusst, Akaso. Oh nein 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 nein. Wir kommen wie Oberkampf, ich sehe Sie nicht. Können Sie alle. Wir müssen Sie nicht. Aber keinen Gittes, Süden. Was ist denn eine? Wir bemühen uns. Danke, Karine. Granate. Bedehung. Feuer. Silber wechselt. Vorwärts. Geht aber leider vor mir an, Galia. Sie ist noch aggressiver als ich. Ich brauche Deckung. Was sagen die denn? Ah, Granate. Granate. Oh. Achtung, Achtung, Achtung. Halt ihn erfüllen. Halt ihn erfüllen. Ich sehe mich. Lade nach. Ich stehe noch von Papier. Okay. Oh, das war tatsächlich Munition auf jeden Fall. Voll durchballer. Helikopter, es ist Schwarzhaub. Er freut sich auch ab. Was erwartest du von einem rückgratlosen Hund? Und befreien wir Janeren aus dem Lagerhaus, bevor es zu spät ist. Mir nach, Schwestern. Schwestern, los. Komm schon, Karine. Oh. Oben auf dem Turm. Ein Scherbschütze. Der müssen verbleiben. Die Gefangenen sind dort. Wir müssen dorthin. Für die Karine. Ich dachte, das ist hier. Wie nennt sich das? Oh, wie nennt sich das Ding? Hm. Stolperfalli, Alter. Die Ferzraben. Auf der Treppe. Nicht schießen. Ah, Entschuldigung. Ihr Besten, Feuer. Feuer. Ach, ich hab gesagt, kein Ding. Ooooch, uch, uch. Die Bodren hat mich echt hochgebringt. Kann auch liegen. Ich glaub, alle sind drin. Die Kolosslöschchen. Komm hoch, komm hoch! Komm hoch! Schickwerfer! Ey, ey, ey! Ich sterbe! Schickwerfer! Fall, Verschickwerf! Schickwerfer! Fall, 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 Fall! Park! Kriper, resources! Oh, nein nein! Schauschschütze die Ballen. Oh nein nein nein. Geht der, geht der. Oh Mann! Zul langsam nachgeladen. Ich sehe sie. Geh mir. Oh Loi. Geh mir erhöhte Position ein. Wo? Bitte bitte holen. Ich sehe sie. Aber du verknallst mich. Bitte drüber zum Lagerhaus. Der lebt so lange noch nicht. Die Pistole, die ja. Ich brauche den nicht gut. Die Pistole. Oh Mann! Geht der, geht der. Oh Mann! Das ist wirklich. Das ist völlig geholfen. Auch sehr gut. Gespeichert. Bin ich tot? Einer bei den Kisten. Ich sehe sie. Jetzt wird der Bunk. Wo ist der Kommi denn anlegt? Instrumental. SOS. Halter. Gibt mir Ils boomt. Soldat war ihm kaputt. Her kaputt. Ich hab gesehen! Ich sehe sie. Halt mich weg! Mein Nachland dauert. So lange. Kommt das denn hier hoch? Der stirbt doch mal. Er stirbt doch mal. Feind hinter der Barriere! Ich sehe sie! Feind bei der Mauer! Granate! Passt auf die Charpschützen auf! Rüben bei der Barriere! Soldaten! Gebt mir den Kopf! Die deutsche Station! Die kann ich enthälen! Der wird nicht aufgeballert! Baller doch mal! Headshot bitte mir! Ich habe meine Headshot! Ich habe meine Headshot! Renn! Renn! Los jetzt! Sie bewegen sich über den Steg! Nach rechts! Charpschützen erledigt! Sauber! Und! Oh! Lass ihn da ruf! Nicht schießen! Schießen! Du! Wer ist Commander Karim? Hier! Ich bin Karim! Sie haben uns kontaktiert! Leutnant John Price! Wo sind die anderen? Da drin! Geradeaus durch! Dicht folgen! Gehen wir Jungs! Rettet mich! Please! Rettet mich! Boah! Meine Kollegen sind da jetzt! Sichert! Meine Connection! Die Gasfabrik! Er verbrennt die Beweise! Und die Gefangenen! Zurück! Wir brechen durch! Oh ne! Dankeschön! Los! Alles gesichert! Holen wir sie da raus! Ich öffne die Sprenglacht! Ich öffne die Sprenglacht! Ach du die Tür auf Karim! Ich bin verschlossen! Auf! Komm, 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 komm! Fester! Fester! Schwester! Hadir! Alles okay! Sie sind da? Ja! Geschafft! Dank dir! Durchatmen! Sucht Überlebende und Vorräte! Wir gehen! Nach Norden! Nicht auf den Highway! Bravo 6 an Kobalt 4, Zeitfenster bestätigen! Zehn Minuten! Roger, Orbit halten! Behalte euch! Selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen! Jala, das Erne! Ihr Vater! Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird! Er wird es büßen! Soll er kommen! Wir haben die Straße nach Norden geräumt! Dort seid ihr erst mal sicher! Danke! Die Revolution beginnt jetzt, Schwester! Der Krieg beginnt jetzt, Polak! Selbst im Trick gibt's Moral! Nicht vergessen! Bravo 6! Abflug in zwei! 20 Jahre Bürgerkrieg! Bürger spielen ja keine Rolle! Hadir ist trainiert! Verbündet, entführt! Spielt keine Rolle! Er brachte das Gas nach Russland! Er tat es mit Al-Qa-Talas Hilfe! Er hat das Netzwerk und die Leute! Tja, kann man's ihm übernehmen? Hä? Inoffiziell nicht! Aber hier geht's um mehr als Hadir! Wir haben zwei Optionen! Was? Wir waren in Moskau! Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin! Eine Menge und Julier werden sterben! Durch einen Freund des Westens! Okay, kommen wir! Zur Sache! Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise! Inoffiziell? Total! Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde! Unser Sergeant? Ist bereit! Ich bring sie rein, dann sind sie auf sich gestellt! Nur Waffen der Gastnation! Ich mach das schon! Das war es! So, hab ich den Woher war dein Vorarlament? Du bist egal!